Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk at Sunday, heute in einer Spezialausgabe, nämlich zum Thema Spenden-Stream und zu Gast haben wir heute den guten Scheißerle, ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo, war ein bisschen spät für uns beide, aber hallo. Ja, macht ja nichts, ist ja alles für eine gute Sache, ich meine, das ist jetzt hier, bei mir ist es jetzt halb vier morgens, Samstag morgens. Bei mir halb zehn abends, bei dir ist es Sonntagmorgen, oder? Ja, siehste, es ist schon so weit. Bei mir ist ja Samstagabend. Ja, die Zeitverschiebung, man muss wissen, du bist ja in den guten USA. Genau, ich schaue an Donald Trump ein bisschen auf die Finger. Nicht nur auf die Finger schauen, auch auf die Finger klopfen, dass er keinen Mist baut. Ja, sobald er in die Nähe des roten Knopfes kommt, hacke ich ihm die Hände ab. Sehr aufmerksam und schön aufpassen, wunderbar. Ne, heute geht es ja um das Thema Spenden-Stream und du hast ja eine tolle Aktion auch ins Leben gerufen, beziehungsweise hast ja, glaube ich, vor einem Jahr, glaube ich, wenn ich mich jetzt, bitte guck, da hast du ja schon mal einen Spenden-Stream gestartet, das ist doch richtig, oder? Ich bin mir gerade mal einig, ob der letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres war, aber da haben wir schon mal Spenden gesammelt auch. Ich müsste jetzt nachschauen, wann der Culling veröffentlicht worden ist, weil da haben wir damals die Keys dafür verlost. Genau, oder? Aber ich müsste dich jetzt auch anlügen, ich bin mir nicht mehr einig, das Jahr ist so schnell vergangen. Und die Zeit ist ja eigentlich jetzt nicht so wichtig, aber du hast ja schon mal einen Spenden-Stream gestartet und für welche Sache wurde dort gespendet? Damals ist für Obdachlosenhilfe gesammelt worden. Wir haben das ganze Geld praktisch für die Obdachlosen-Hüri in Bayern gespendet. Okay, cool. Und dieses Jahr hast du ja auch schon mal, vor ein paar Monaten war es, glaube ich, mich auch angefragt wegen einem Spenden-Stream, ob ich dabei wäre. Und ich habe natürlich gleich Ja gesagt. Und darüber wollen wir uns jetzt auch vornehmlich unterhalten. Ja, man soll erst mal wissen, wohin geht denn die Spenden-Summe dann? Also im ersten, ja wie soll ich sagen, in erster Linie geht es einmal an die deutsche Kinderkrebshilfe. Aber nicht direkt, um die Krebshilfe zu unterstützen, sondern vielmehr ja Familien, die durch eine Krebserkrankung von ihrem Kind praktisch ein wenig im finanziellen Notstand geraten sind, dass man die unterstützen kann, ihre Kinder zu Weihnachten ja Geschenke zu kaufen, Freude bereiten. Ja, und die Feiertage halt trotz der Krankheit ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ja, das ist sehr löblich. Ich meine, schon schlimm genug, dass man, beziehungsweise die Kinder da, dann halt so eine Krankheit haben und dann kann man denen ja noch ein schönes Weihnachten irgendwie schenken. Das finde ich sehr löblich, wunderbar. Ja, genau. Ich weiß zwar, ich bin zwar auch bloß mit dem Pep aus Jux und toller Reis immer drauf gekommen. Wir haben halt über das Friendly Fire, das ja jetzt vor einer halben Stunde vorbei war, haben wir letztes Jahr schon drüber geredet und haben uns Gedanken gemacht und dieses Jahr haben wir halt gesagt, sind wir durch zu Weihnachten. Finde ich echt toll. Also Respekt, ne? Ja, es war halt noch nie wirklich klar, was. Und so, also vor kurzem, ich weiß nicht, jeder kennt wahrscheinlich mittlerweile die Sendung Club der Roten Bänder. Und so bin ich halt beim Filmschauen mit der Freundin zu mir auf die Idee gekommen, mal, dass man sowas machen könnte. Coole Sache. Inspiriert dadurch wunderbar. Meine Frage ist jetzt, erstmal sollte man ja wissen, wann findet das Ganze denn statt? Aktuell ist es am 17.12. geplant, ab 10 Uhr morgens, für 12 Stunden. Aber es ist ein Open End. Also wir haben jetzt nicht einen Zeitdruck oder ähnliches. Je nachdem, wie viele Leute heute noch dabei sind und wie viel Spaß das wir haben, wird das halt auch verlängert, wenn es gut ist. Ja, also nehmen Leute auf jeden Fall schon mal den 17.12. vormerken. 12 Stunden, ja, könnte interessant werden. Magst du denn eventuell erzählen, was so aktuell so schon geplant ist, was gespielt wird, wo die Leute dann eventuell auch mitzocken können? Also mitzocken kann generell jeder. Wir haben ja jetzt den Discord-Server hergerichtet, da sind eh Community-Public-Räume. Und ja, wenn man wieder im Stream irgendwas Neues zockt oder neue Runden sind, wir wissen noch nicht, ob wir einfach random jemanden dann aus der Lobby zu uns runterziehen oder ob wir es auslosen mit einem Chatbot oder sowas. Da sind wir noch am Basteln machen und tun. Wir sind ja auch nicht die Profis vor dem Hirn. Aber generell in jedem Spiel kann jeder mitzocken. Also sind alle herzlich eingeladen. Ja, das wird dann mit Sicherheit eine ganz lustige Runde werden. Ja. Magst du denn auch sagen, wer denn alles dabei ist schon? Gibt es da schon so eine Teilnehmerliste, wer da mitmacht von den Streamlern? Also wir wissen sicher, dass drei Leute streamen werden. Das sind einmal die Tana, der Pepbox und ich. Du hast ja gesagt, du wirst mal schauen, je nachdem welches Spiel gespielt wird oder ähnliches. Ja, echt. Ansonsten helfen mit Biers Gaming TV ist er bei Danielo Mountcraft. Das ist ein recht junger Österreicher. Der hat gefollowed auf die ersten Anzeichen für den Livestream hin und hat gleich gefragt, ob er da irgendwie helfen kann. Dann der Endzone, der macht in seinem kleinen E-Zone-Netzwerk Werbung für uns. Dann ProNationArmy ist, glaube ich, der Mod von der Detana. Der schaut praktisch auch auf unsere Chaträume ein bisschen. Ja und ansonsten, wer halt mithelfen möchte, wir schreiben ja immer fleißig Leute an. Und jeden Tag kommt einer dazu. Also es ist unmöglich jetzt mittlerweile alle aufzuzahlen, weil wir sind mit so vielen Leuten im Gespräch. Das ist der Wahnsinn, ne? Wie die Leute auch mithelfen wollen für so eine tolle Sache. Also es ist schon wirklich auch, ja, man kann sagen, es verpasst einen auch so ein bisschen das Gänsehautgefühl, ne? Ja, also mittlerweile bin ich, wir sind jetzt zwei Wochen davor und mittlerweile bin ich schon nervös. Ja, kann man verstehen. Ich bin mittlerweile nervös, vor allem, weil wir halt auch von diversen, ja, sagen wir mal größeren Firmen, ja, Giveaways gesponsert kriegen und so weiter und so fort. Also es nimmt gerade für unsere kleinen Verhältnisse riesige Ausmaße an. Ja, das ist der Wahnsinn, ne? Ich meine, daran sieht man ja auch, dass das Ganze auch einen reellen Hintergrund hat, dass das Ganze dann auch mit rechten Dingen zugeht, ne? Dass du halt Sachen bekommst für die Leute, Giveaways. Magst du da eventuell schon mal so ein bisschen was anteasern, was man so eventuell als Giveaway bekommen könnte? Ja, also wir werden am 19.12., je nachdem wie fit das wir sind, die Uhrzeit wird das sicher nochmal bekannt geben, ja, auch nochmal in einem Livestream praktisch alles per Zufallsgenerator verlosen und unter anderem haben wir random Steam-Keys, also wir wissen selber nicht, was sich hinter dem Key verbirgt, wir können auch nicht draufdrücken, weil sonst ist es in unserer Bibliothek, also wir können da nichts irgendwie verraten. Hier haben wir gesponsert, kriegt von MMOGA dann, ja, einige Gary's Mod, also TTT-Keys, Dead by Daylight-Keys, dann die Titana, sponsert aus ihrem Privatvermögen zwei Pop-Up-Figuren, ich hoffe, ich spreche es gerade richtig aus, ich habe die vorher auch noch nicht gekannt. Einmal schaut eine Figur aus wie der Doctor Who, einmal wie der Hauptcharakter von Uncharted 4, ja, und dann haben wir ja noch unseren Hauptpreis, der am großzügigsten Spender des Tages geht, das ist ja ein Bundle Watch Dogs für die Plattform seiner Wahl, und einmal, ich weiß nicht, ob du das Watch Dogs verfolgt hast, das neue, aber da gibt es ja so einen Verrückten, den Ranch, mit ihrer komischen Sonnenbrille, und den haben wir noch als Figur dazu gekriegt, also wirklich eine offizielle Ubisoft-Kollektiv-Figur, die wir dann dazupacken einfach. Auf jeden Fall schon mal, ich sag jetzt mal, ein wirklich tolles Line-Up, was die Giveaways angeht, ich denke mal, da wird sich bestimmt auch noch so ein, zwei Sachen auch noch weiter anfinden, das ist der Wahnsinn, vor allen Dingen, dass, man muss auch sagen, Ubisoft und MMOGA und natürlich auch die Privatspenden, also die Giveaways, die dazukommen, erstmal Hut ab davor, also es hat alles seine Richtigkeit, und das Ganze wird dann wahrscheinlich mit Paypal laufen, wer spenden will, dann mit Paypal, richtig? Genau, also es ist wie jetzt zum Beispiel beim Gronkh, wir lassen alles über die Plattform Streamlabs, heißt, glaube ich, mittlerweile früher war es Twitch-Alert, jetzt heißt es Streamlabs, lassen wir alles drüber laufen, also man kann im Stream verfolgen, wie viel gespendet worden ist und so weiter, und am 19. wird dann auch gleich mit den Giveaways auch das Geld an die DHK überwiesen, also man kann live mitverfolgen, dass das Geld jetzt weggeht und so weiter und so fort, also wir wollen, dass es so transparent wie möglich wird, dass wir uns im Nachhinein nichts sagen lassen müssen, ja ihr habt das Geld eingestrichen und so weiter, wir wollen uns ja nicht selber bereichern, wir wollen ja andere bereichern, und das Weihnachtsfest halt einfach, ja, verschönern. Ganz genau, ne, das ist ja halt für einen guten Zweck und nicht, dass wir da irgendwie uns was da, sondern wirklich, dass es auch an die gerechte Sache ankommt, dass den Kindern da wirklich was Gutes getan wird, auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Aktion von dir, das muss man ja mal sagen. Ich muss aber noch dazu sagen, als Watch Dogs Bundle darf ich nur an über 18-Jährige verlosen, wegen der FSK-Freigabe. Das tut mir leid, wenn jemand jünger ist, er kann ja seine Mama fragen, ob der für ihn dann praktisch die Top-Spende macht oder ähnliches, aber ich muss dann auch einen Ausweis verlangen und so weiter und so fort, ansonsten komme ich da in Teufels Küche, wenn es die falsche Mutter oder der falsche Vater sehen. Deswegen sollten das die Leute gleich, ja, im Hinterkopf behalten. Ja gut, aber wie du schon sagtest, da kann man ja seine Mama fragen oder seinen Papa, dass der dann halt das macht, ne, und dann einfach einen Nachweis und dann passt das Ganze auch, dann bist du auf der sicheren Seite und, ja, der Gewinner hat dann auch seinen Spaß. Genau, weil falls wir dann noch mal so einen Stream machen sollten, wird uns sonst wahrscheinlich Ubisoft nicht mehr unterstützen. Das wäre natürlich schade in dem Moment, ne. Genau. Wann kriegt man schon mal, ich sag jetzt mal als kleiner Stream, als kleiner YouTuber so eine Unterstützung? Muss man ja schon mal sagen. Also auch schon mal ein Dank an Ubisoft dafür. Ja, Wahnsinn. Ja gut, ich hab ja nicht mal explizit nach GIF-A-Ways gefragt. Ich hab einfach gefragt, ob sie uns helfen könnten, weil sie ja die größere Erfahrung haben und wahrscheinlich da öfters schon mal, ja, Erfahrungen mit sowas gehabt haben, ob sie nicht unser, ja, wie sagt man in Deutschland, Schirmherr? Sagt man das noch, Schirmherr, der praktisch das Fest begleitet werden möchte und uns einfach helfen möchte, einen obenliegenden Stream aufzubauen und dann ist gleich die Frage gekommen, ja, wie viel GIF-A-Ways und blauen hin und her. Ich hab gesagt, das reicht eins und dann hab ich den Vorschlag gekriegt. Also absoluter Wahnsinn. Finde ich toll. Ich sag gleich, die Ranch-Figur hätte ich auch gern selber. Ja, wer hätte das nicht gerne selber, als Gamer und so weiter, aber die wird rausgehen an den Menschen dann, wer halt... Mit dem dicksten Goldbeutel oder dem großzügigsten Herzen. Genau, so kann man das sagen. Das ist wunderbar. Ja, einfach nur eine Hammeraktion und die sollte auf jeden Fall unterstützt werden und ich hoffe, dass dann auch viele Zuschauer dann da sind und wir helfen natürlich alle mit, wo es nur geht, so gut wie jeder kann. Genau. Man muss ja auch dazu sagen, es wird nicht nur ein Stream eingeblendet, sondern jeder Einzelne streamt auf seiner Plattform mit seiner Community und die Spenden laufen aber alle in einem Topf. Also niemand muss jetzt unbedingt mir zuschauen. Er kann in Pepbox zuschauen, er kann der Dana zuschauen, er kann dir zuschauen. Es ist nur halt ein Spendenleak, der in einen Topf wandert. Quasi eine große Stream-Community-Zusammenschluss, kann man so sagen, damit man halt möglichst viele Leute erreicht. Genau. Und wir streamen ja auch nicht nur auf Twitch, wir streamen ja auf Hitbox, auf YouTube, überall. Wenn ich auf Viewpoint streamen könnte, würde ich das auch noch machen. Aber wäre, glaube ich, nicht so ganz die richtige Plattform dafür, oder? Ja, sagen wir so, ich müsste ein bisschen Erotik einbauen wahrscheinlich. Oh Mann, oh Mann, ja. Das ist schon viel zu spät. Das könnte interessant werden. Ja, bei mir ist es gleich 4 Uhr. Das ist kein Wunder, ne? Je länger, also je später es wird, desto weniger Hemmungen hat man. Genau, so ist es. Ja, möchtest du noch irgendeine Information raushauen, oder war es das erstmal so an Infos? Also, an Infos habe ich nichts. Es wird sicher noch mal bei mir auf dem Kanal dann eine detailliertere Fassung vom jetzigen Infovideo geben, noch mal mit den Daten, wie praktisch das Ganze verarbeitet wird, dass das direkt dann, dass das an die richtigen Familien geht. Das werde ich dann noch mal zeigen, dass sich die Leute vergewissern können, dass das alles mit rechten Dingen so geht. Dann den Termin fürs Auslosen von den Giveaways, ja, eventuell einen kleinen Stundenplan, wie was gestreamt wird, wer mit wem zusammenzockt oder ähnliches. Also, da wird es sicher noch das eine oder andere Infovideo geben, und das kriegt es ihr, zum Beispiel du oder die Tana genauso. Also, das läuft dann auf jedem Kanal. Das ist wunderbar, auf jeden Fall. Verlinkt wird sowieso alles retweetet und so weiter. Das ist logisch. Ja, ich bedanke mich, wenn du jetzt halt so weit durch bist, dann bedanke ich mich mal bei dir. Nee, ich habe zu danken, dass ich bei dir, ja, das vorstellen darf. Ah, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Ich wüsste dich, es ist für eine gute Sache, und es ist ja, ich finde, sowas gehört sich eigentlich. Ja, wir haben vorhin noch in der Gruppe, bei Twitter ein bisschen geschrieben, und mittlerweile ist es halt so, es nimmt irgendwie recht große Ausmaße für das, dass wir ja YouTube-Kanäle haben zwischen, sagen wir mal, 30 und 300 Abonnenten. Also, da jeder schaut aufs kleinste Detail und will noch die letzten Funken Perfektion rausholen. Also, es ist schon Wahnsinn, wie sich da alle ins Zeug legen. Ja, ne, wenn man zusammen, sag ich mal, an einem Ziel arbeitet, oder auf ein Ziel hinaus arbeitet, einen, ja, einen tollen Stream zu gestalten für die gute Sache, ne, dann zieht da auch wirklich jeder mit, und so soll es ja eigentlich auch sein. Ja, und möchtest du eventuell noch den Titel verraten, mit dem wir den Stream machen, oder den Slogan? Oh, warte, warte mal, wie kriege ich denn das jetzt zusammen? Auf jeden Fall war es mit Intim, ne? Genau. Eindeutig, zweideutig, damit auch jeder was zum Schmunzeln hat. Genau, Intim, das ist jetzt schon ein bisschen spät, ich klicke gar nicht mehr alles so auf die Reihe gerade. Ne, also, Intim, gemeinsam die Welt ein Stück besser machen. Genau, das war ja der Slogan. Finde ich auch cool gemacht, vor allen Dingen auch das Bildchen, was man dann so sieht, und so weiter. Tolle Idee, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird, und hoffe, ich schlafe nicht während den zwölf Stunden dann irgendwann vom Schreibtisch an. Genug Kaffee und genug Energy Drinks und dann passt das schon. Ja, ich habe mir jetzt extra eine Kaffeemaschine gekauft, also wirklich, ich habe ja nur so eine Kapsel-Kaffeemaschine für den Moment, weil für einen Zwei-Mann-Haushalt reicht die überall hin. Aber ich habe mir jetzt wirklich eine Filter-Kaffeemaschine gekauft, die stelle ich mir dann hinten hin und lasse halt dann alle zwei, drei Stunden mal wieder eine Kanne volllaufen, dass ich ja nicht verpenne. Gute Idee. Alternativ wäre noch die Möglichkeit gewesen, intravenös. Genau. Gut, Gott sei Dank ist meine Freundin Krankenschwester. Ja, wunderbar, dann passt das ja. Vielleicht kann man dir irgendwelche Aufputschmittel mitbringen. Oh, nicht, dass du abgehst wie ein Roadrunner oder so. Naja, wenn ich dafür dann alle Spiele im Livestream gewinne, ist die Mist, ist mir doch egal. Ja, okay. Ja, wie gesagt, mit dir hat man auf jeden Fall immer was zu lachen, das merkt man schon. Ja. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich dabei, dabei, siehst du, es ist soweit. Ich bedanke mich natürlich dafür, dass du hier warst, dass du es vorgestellt hast und auch danke, dass ich dann dabei sein darf und, ja. Ja, wenn, dann habe ich zu danken, dass du hilfst und dass ich das vorstellen darf. Wie gesagt, ist ja für einen guten Zweck und da macht man sowas auf jeden Fall auch gerne. Ich meine, was soll es denn, wenn man dadurch ein bisschen was verändern kann, dann sollte man das auch auf jeden Fall machen. Finde ich jetzt persönlich. Und du darfst nicht vergessen, du wirst mit Twinkies bezahlt. Richtig. Wobei, ich ja auch zu dir gesagt habe, aufrunden und der geht dann auch in den Topf mit rein. Genau. Gut. Dann machen wir das. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen und wie gesagt, danke, dass du hier warst. Danke, dass ich dann dabei sein darf und, ja. Ich hoffe, den Zuschauern gefällt das Video hier, hinterlasst eure Meinung. Seid fleißig beim Streamen dabei, ob als Zuschauer, ob als Spender, je nachdem, wie er das halt... Oder als Mitspieler eventuell. Vielleicht ist er dann auch der Mitstreamer, ja, und unterhaltet die Leute genauso und macht sich mit uns zum Affen. Genau. Also jeder kann mitmachen auf seine Art, wie er es gesagt hat gerade, als Streamer, als Gamer oder auch einfach als Zuschauer. wie gesagt, ihr könnt alle dabei sein und das Projekt dann unterstützen. Und, ja, ich sag mal für heute, ich bin raus und übergebe das Schlusswort an einen guten Scheißerle. Ja, ich freu mich auf jeden Fall auf dem Livestream und ich bin gespannt, ja, wie die zwölf Stunden werden mit all den Chaoten und freu mich natürlich über jeden, der vorbeikommt und zumindest einmal Hallo sagt. Und, naja, ansonsten sehen wir uns am 17. Dezember. Genau. Und damit bin ich für heute raus und, ja, ich sag mal Bye-Bye. Ciao, ciao. Boobsch. Bitcoin %&%%&%&%! Thailand